Ahoy ihr Landraden! Moin zusammen! Hi! Willkommen zu einer neuen Runde hier in meinem XXL Bauprojekt in Raft. Und wir machen weiter mit der Gartenarbeit, hatte ich mir gedacht. Wir sind ja jetzt schon eigentlich recht gut weit gekommen. Am Ende mal, das wollte ich so, aber glaube ich auch nicht. Ich hatte überlegt, mir hier so einen kleinen Durchgang vielleicht zu lassen, eventuell. Obwohl es eigentlich Quatsch ist, dann von der Seite anzufangen. Ich hätte von der anfangen sollen. So. So. Du kommst nochmal her. So. So, den muss ich wieder als Maßstab mal eben wieder mitnehmen. Komm mal her, Kollege. Hatten wir beim letzten Mal auch so gemacht. Das ist immer eine gute Sache. Oh, nee. Warte. Erstmal machen wir das hier. Weil das ist manchmal ein bisschen tücki. Tücki, tücki. So, ich hoffe, das ist jetzt schön mittig. Hey. Ja, jetzt kann ich den hier schon wegen dem nicht hinstellen. Das ist leider nicht so mittig, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber geht, ne? Ist doch eigentlich relativ mittig. Ha, wenn man ganz genau hinguckt, dann ist es da nicht. Aber wir sind dann schon. Ich. Ha, was soll ich jetzt machen? Ist halt. Dann besser wird es jetzt halt nicht mehr. Aber ich finde, das ist auch okay. Ist nicht... Ist jetzt kaum noch zu sehen. So. Das werden also unsere... Ich weiß noch nicht, ob ich hier... Ich wollte hier Ananas eigentlich drin haben. In den hinteren. Dann würde ich hier, glaube ich, Melonen reinmachen. Hatte ich gedacht. Aber andersrum ist es, glaube ich, sinnvoller. Weil ich doch mehr Ananas brauche als Melone. Ja. Doch. Und deswegen fangen wir jetzt auch an, die schon mal einzupflanzen. Können wir ja wenigstens schon mal machen. So. Und ich sollte mal was zu mir nehmen, wie ich gerade sehe. Oh, ich habe auch nicht mehr viel da. An Drinks. Nur noch so blöde Drinks. Aber das ist blöd, sind die nicht. Aber so zum Durstlöschen sind die jetzt nicht so top. So. Da hinten ist wieder eine große Insel. Die lassen wir aber eine große Insel jetzt sein. Ach nee. Ich stücke hier wieder fest. So. Ähm. Eigentlich will ich das alles mitnehmen. Die schleppe ich auch die ganze Zeit mit mir rum. Diese Kartoffel und die Rübe. Aber dann kann ich auch direkt die Kiste dann mitnehmen. Yay. Kiste. So, nur den Honig, den werde ich da nicht wieder reintun. Weil wenn die Blumen dann auf der anderen Seite später sind, also wenn wir da hinten die andere Gartenseite dann machen, den Blumengarten, dann macht das mehr Sinn, dann da auch den Honig zu verwahren. Denke ich mal. So, jetzt habe ich hier nichts für Bananen. Ich hatte gar nicht über Bananen nachgedacht. Äh. Macht aber nichts. Platz finden wir hier schon noch. Hier haben wir auch noch hier diese Seite. Da kann ja auch noch was hin. Gemüse will ich aber natürlich auch noch pflanzen können. Das machen wir dann hier auf dieser Seite. Also Möglichkeiten werden wir schon noch finden. Ich darf das nur nicht vergessen. Wichtig. So, es regnet auch gerade so schön. Ist doch herrlich. Herrliches Sauwetter. Oh, ich habe keine Samen mehr. Und ich habe davor doch gesagt, ah, da habe ich so viele von. Ich brauche da jetzt keine mehr anbehalten erst mal. Nö, nö, nö. Äh, Erdbeersamen habe ich sowieso viel zu wenig. Das heißt, ähm, ich muss wohl noch einmal nach Tangora. Ja, das ist auf jeden Fall zu wenig. Ja, und jetzt, äh, wie gesagt, Melone macht jetzt keinen Sinn. Da kommen nur diese Viechern, Viechers von, ähm, wie heißen sie denn? Möwen. Und hacken wir da alles kaputt. Weil ich glaube nicht, dass die Reichweite von dem bis nach da vorne geht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So, sechsmal Mango. Neunmal. Bald zehnmal. Kokosnuss. Da brauchen wir ja auch so viel von immer. Ähm. Ich werde wenigstens schon mal... Ach ne, hier will ich ja die Großen dann hinhaben. Stibimmt. So, wie war hier der Abstand? So in etwa, ne? So, dann schon mal den da hin. Machen wir das hier so ein bisschen parallel zu der anderen Seite, oder? Äh, das waren immer zwei? Ne, es war immer nur einer. Wep. Ne, das bringt nichts. Da muss ich jetzt gar nicht kalkulieren. Das geht eh schief. Ach ja. So, gut. Dann, äh, hatte ich ja auch noch was anderes vor. Bevor ich mich jetzt der Sache mit dem Garten weiter widme, wollte ich hier mal eben schauen, wie das aussieht wegen... Treppen. Und ich kann sogar genau die Anzahl machen, die ich möchte. Also weiß ich genau, ich könnte auch noch mehr, aber ich wollte nur zwei. Denn heute haben wir auch vor, hier die Reling zu setzen. Wo ist sie denn? Da ist die Reling. Ich muss gleich wahrscheinlich... Ach, das ist so doof, ne? Dass das hier nicht bündig mit sein kann. Die können sich doch denken, dass man Treppen und Geländer gerne miteinander verbunden hätte. Was soll denn das? Das ist doof. Aber was soll? Meckern hilft ja nix. Äh. Hier will ich doch hin. Nehmen wir mal so ein bisschen was mit hier. Wobei, dann könnten wir das hier eigentlich auch noch wegmachen, eben. Ja, aber richtig. So. Jetzt habe ich aber nicht mehr genug Nägel, ne? Habe ich da vorne in der Kiste noch Schrott oder Nägel? Ich muss mal gucken. Nada. Niente. Nikes. Alles. Gut, dann machen wir das aber wenigstens schon mal weg, damit ich das gleich nicht vergesse. Wenn ich es dann sehe, denke ich, ach ja, da war ja was. Ja. Na? So. So. Das gefällt mir ja schon von oben besser. Na. Das mit den Reling ist echt scheiße. Wie sieht denn die andere Treppe aus? Die sieht so heruntergekommen aus wieder, ne? Ja, das ist das. Ich würde die ja auch nehmen, wenn die nicht so heruntergekommen aussehe. Aber ich glaube schon fast, das würde hier besser aussehen, weil ich probiere es mal aus. Ah, die sieht echt doch heruntergekommen aus. Also die ist doch echt nicht... Boah, nee, das klappt, ding. Sich das mal an. Ich hätte gerne diese Treppe, aber ohne Geländer. Geht das nicht? Warum nicht? Ach, Mann. Das reicht's nicht, ne? Ja, jetzt sind wir wieder nach unten. Ach, nein. Ich wollte doch Nägel herstellen. Ah. Na, okay. Ich brauch die ja eh noch. Oh, Mann. Ich wollte die jetzt nicht herstellen. Nicht aufgepasst. So. Gut. Und ja, das ist halt so mit den blöden Dingern da. Mit den Geländern. Ähm. Ne, hier unten wollte ich doch gar nicht hin. Wieso steht der eigentlich hier so einsam und verlassen? Da kannst du ja mitkommen. Ah, wieso? Der steht hier echt einsam und verlassen. Was soll denn das? Wieso steht denn der da so alleine? Habe ich hier das? Ach, da ist das Gegenstück. Ich kann sagen, ich hab doch immer alle paarweise platziert. So, wie schaut denn das aus, wenn ich das hier jetzt hinsetze? So ein bisschen wenigstens von der Seite kaschieren. Ah. An der anderen Seite ist halt nicht. Aber das geht jetzt auch, ne? Das sieht schon ein bisschen kaschierter aus. Ein bisschen zumindest. Aber das Problem haben wir natürlich noch hier. Ich hab aber hier noch Blumenpflanzen. Tangora-Pflanzen. Schade, dass wir da keine Münzen mehr bekommen. Ne, das ist die falsche. Ich hätte gerne noch mehr von denen gekauft. Die ist aber auch nicht so groß. Schidde. Dann nehm ich mir die da. Ach ne, das hab ich ja auch hier zum Kaschieren gemacht. Sehr gut nutzend. Dann nehmen wir halt die hier. So. Ist eigentlich so, als hätten wir hier keine Pflanzen. Wird schon wieder dunkel, ne? Boah, ey. Das geht so ratzfatz immer. Boah. Es sah jetzt komisch aus mit dem Schatten gerade. So. Lassen wir jetzt so. Aber, ah. Achso, ja. Hier fehlt ja auch noch die Treppe. Stimmt. Ja, dann machen wir erst mal die. Stimmt. Ah, das ist... Genau. Ich muss ja noch diese Zwischenteile hinbauen. Hier dieser Schräg... Bei dem Schrägdach die Teile. Hier, wie heißen sie? Die Schindeln. Sind doch Dachschindeln, oder? Weiß auch nicht. Jedenfalls das... Diese Schräge. Gut, gut. Machen wir erst mal... die Nacht zum Tag. Ach, jetzt... Ja, jetzt muss ich mich dran gewöhnen, dass ich hier dieses Geländer habe. Alles klar. Okay. So ist das. So, das hier meine ich. Hier, diese Schrägen. Die habe ich hier noch gar nicht gesetzt gehabt. Ich finde das nämlich so blöd, wenn da hier so eine Riesenlücke immer ist. Und das sieht dann doch so ein bisschen besser aus, wenn das so ein bisschen... die Lücken gestopft sind. Also, ich habe das hier auch gemacht. Aber ich hatte... Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch neue gesetzt. Dann müsste hier ja jetzt was fehlen. Hatte ich auf der Seite schon... Nee, ich habe hier doch gar keine... Oder habe ich doch? Hm. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass es passiert ist. Aber okay. Muss ich ja auch nicht. Und hier habe ich auch schon... Mensch, was ist denn los? Da habe ich ja mal richtig aufgepasst hier. Das kenne ich nicht. Das bin ich nicht. Gut. So. Was war jetzt mit diesen Großen? Die waren ja auch so schweinedür. Ich will aber die hier wieder nehmen, weil die eigentlich überhaupt nichts bringen. Also, meiner Erfahrung und Meinung nach ist das eigentlich ziemlich... Unnütz, die zu verwenden. Was haben wir denn jetzt hier? Nee, hier. So, die brauche ich auf jeden Fall ein paar. Oh, ich brauche viel, viel Holz. Und natürlich auch ein paar Nägel. Na, das reicht ja auch gar nicht. So. Ich glaube, mit Vieren dürfte ich erst mal zufrieden sein. Moment mal. Ich muss mal eben den Honig hier loswerden. Ich will aber eigentlich mehr. Ich brauche ja für die Bananen. Da wollte ich eigentlich auch wenigstens sechs Bäume haben. Aber ich weiß gar nicht, woher ich jetzt mit denen... Es soll auch irgendwie cool aussehen, wisst ihr? Ich könnte hier in die Mitte noch welche packen. Eins. Mal gucken, wie es aussieht. Zwei. Drei. Ich muss mal irgendwie in dem Abstand überhaupt gucken. Ich habe das wieder mal nicht... Kann ich noch gar nicht gucken, weil ich hier keinen Abstand... Also doch, ich kann ja mich an den Kisten da orientieren. An den Kästen, meine ich. Das dachte ich mir schon. So. Ähm. Ja, das wird nicht ganz übereinstimmen. Aber das muss auch ziemlich mittig sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist. Dann kann ich hier gleich wieder so einen kleinen Durchgang lassen. Shit. So. Ah! Pff. Okay. Wo bin ich denn da jetzt runtergefallen? Wie kann ich denn von meinem Schiff fallen? Wie kann ich denn von meinem Schiff fallen? Wie geht das denn? Ei. Oder bin ich da jetzt rückwärts runtergejumpt? Nee, oder? Oder doch? Oder nein? Oder ja? Was war das denn? Ich kann hier tatsächlich... Oh. Jetzt muss ich hier echt aufpassen. Scheiße. Wenn ich hier den Moonwalk mache. Wenn ich bis hier gehe. Aber hier. Da gehe ich automatisch auf die Dinger drauf. Und dann bin ich höher. Oh. Da muss ich aufpassen. Falle ich hier vom Schiff? Ich fasse es nicht. So. Hier könnte noch einer... Ah, das finde ich immer ein bisschen zu nah. Aber hier noch einer. I was nicht. I was nicht. Ich glaube, die mache ich noch hier hin. Dann vielleicht... Wenn ich dann die Reihe habe, dann kann ich das ein bisschen abschätzen, wie es dann aussieht. Weil jetzt ist es irgendwie sehr schwierig für mich, das richtig abzuschätzen. Wow. Ananas wachsen hier schon voll. Erdbeeren auch. Wunder Bärchen. Wunder Erdbeerchen. Schade, dass wir diese anderen Bären nicht anpflanzen können irgendwie. Ah, das gefällt mir schon viel besser jetzt. Viel, viel besser. So, ich hatte hier jetzt aber auch nichts mehr stehen, ne? An Kästen oder so. Ne. Gut, dann müssen wir noch welche bauen. Äh, was kostete der Spaß? Das war ja richtig teuer irgendwie. Na ja. Teuer. Richtig teuer, aber teuer. Warte, wie viele brauche ich denn davon? Dann kann ich direkt gucken. Wir haben jetzt hier... Ah, ah, ah. So. Sechs. Und hier habe ich jetzt keinen für die Seite. Hier brauche ich ja auch noch... Ach ne, die Seite mache ich nicht. Ich mache ja die Seite. Fünf, also erstmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf von denen. Wir haben noch zwei Erdbeerkästen auf Lager. Einer steht. Also auch noch drei Kästen. Ja. Und du wirst mein Maßstab. Mal wieder. Wir brauchen halt einen. Na, falsche Richtung. Das passiert mir auch öfter, ne? Dass ich zu meinen Lagerkisten will und renne da erstmal in die andere Richtung. So ist das mit mir. Immer in die falsche Richtung. So. Jetzt haben wir auch schon ganz schön viel von unserem Schrott wieder verballert. Als würde der hier in Massen sein. Nein. Habe ich jetzt echt einen zu wenig? Nein. Ich brauche nur fünf. Boah, ich sage halt. Das ist so teuer. Das ist doof. Fünf. Da. Hast du. Bitte schön. So, davon brauche ich noch drei, ne? Ne. Warte. Einen habe ich. Zwei habe ich. Einer steht oben. Das sind ja schon drei. Brauche ich nur noch einen, oder? Mal einen mit. Ne. Was ein Stress. Nein. Kein Stress eigentlich. Aber. Was eine Arbeit. Das trifft es wohl eher. Aber Garten, das wird ja dann auch richtig schön hier. Also da freue ich mich ja auch drauf. So, wo ist mein Maßstab? Juppie. Dab. Und diese Seite. Und. So. Okay. Und hier. Das muss aber schon ein bisschen bündiger sein. Aber ich habe die jetzt beide... Ach, das liegt daran, dass ich die Ananaskästen nicht ganz bündig habe. Nee, da muss ich mich dann an die anhalten, die schon stehen. Was habe ich denn hier falsch gemacht? Okay, der hier sitzt schon zu weit innen. Das wollen wir mal nicht übertreiben hier. Ich glaube, das war schon zu viel, oder? Nee, das ist in Ordnung. Schließt auf jeden Fall etwas bündiger ab. Maßstab, komm her. Guckt ja auch in die völlig falsche Richtung. Der muss ja in die Richtung hier gucken. Nee, nicht in die. Ich meine, das ist jetzt egal. Der ist jetzt eh nur zum Austesten da, aber... Damit ganz klar ist, was ich hier mit meine. Die Richtung. So. Und... So. Very, very good. Na, dann können wir hier noch überall schön durchgehen. Hier dann auch noch. Das ist gut. Sehr gut. So, ich brauche ja hier noch Kartoffeln und, äh, wie heißen sie, Rüben. Äh, es gibt schon noch einiges, was wir hier machen können. Sehr, sehr fein, dass man hier so schön groß auch den... Also, dass ich mir jetzt hier so schön groß den Platz gemacht habe. Das war schon ganz gut. Gut. So, hier sind dann die Bananen hin, wie gesagt. Aber es fehlt mir, wie gesagt, noch. Eigentlich auf jeder Seite einer. Ach, das ist schwierig. Wie sieht denn das aus, wenn ich den hier... Dann habe ich aber da den Durchgang hier nicht mehr. Und hier finde ich schon wieder ein bisschen zu nah am Eingang. Dann kommst du hier rein, rennst du da vor, quasi. Das ist doch doof. Und jetzt sieht man auch, dass es gar nicht so gerade ist hier vor. Sieht man auch hier. Dann voll die enge Lücke. Schidde. Ey, ich habe ja noch nichts drin. Dann ist es nicht so schön, wenn wir die da einreißen. Ich glaube, das wäre schon eher gerade, ne? Nasejuck gibt Geld. Sagt man, ne? Wobei, da hat, glaube ich, jede Region so ihren eigenen Ausspruch, habe ich immer mitbekommen. Ich kannte auch jemanden, der sagte immer, wenn man die Nase juckt, dann kriegt man einen drauf. Das finde ich mit dem Geld dann doch etwas besser. Aber vielleicht kommt das ja aufs Gleiche raus. Vielleicht ja einen aufs Konto. Ach, komm schon. Ich will doch nur die richtige Mitte. Ich will mein inneres Karma, mein Ski. Nein. Das hat jetzt nicht wirklich was gebracht, ne? Oder? Ach, ach, immer wieder diese Dunkelheit. Ich sehe doch nicht, was ich hier im Dunkeln tue. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln, aber schlecht bauen. Und ich verdurste. Oh mein Gott. Ich muss dringend Getränke machen. Dringend. Das sieht ja schon richtig nach dem Garten hier aus, wa? Da hinten. Schlafen wollte ich, genau. Ich habe gerade überlegen, warum bin ich eigentlich hier? Und wenn ich nicht hier bin, dann bin ich auf dem Sonnendeck. Obwohl ich ja hier noch gar kein Sonnendeck habe. Momentan ist das ganze Deck Sonne. Sonnen geflutet. Ich habe irgendwie abstrakte Neigungen. Ich weiß auch nicht, ey. Irgendwie driftig ab. Guck mal, jetzt am Schatten kann man das eigentlich richtig gut sehen. Muss ich beeilen, bevor der weg ist. Was Mitte ist. So. Und daran muss ich mich jetzt halten. Hoffe ich, dass das jetzt richtig war. Schitte. Das ist aber doch hier dann wieder. Wieso ist das da gerade? Wo ist meine... Wo kriege ich die Kurve nicht? Was ist denn da? Das sieht doch gerade aus. Oder? Nee. Das ist ja auch wieder ein Moogs. Jetzt kann ich doch hier wieder genau gucken am Schatten. Aber da sieht man doch schon, dass das nicht gerade ist. Ich weiß nicht, wo ich die Kurve nicht kriege. Ich weiß es echt nicht, Leute. So, aber ich finde, die Abstände sind jetzt... Nein, sind die nicht... Oh, ich werde hier noch bekloppt, ey. Das ist kacke mit den Abständen. Ich mache das jetzt so und dann bleibt das jetzt so. Fertig aus. Schnauze voll. Das soll ja... von beiden Seiten vernünftig begehbar sein. Das kommt mir hier immer noch etwas schmaler vor. Ich weiß nur nicht, warum dieses Tor nicht so in der Mitte ist. Also irgendwas habe ich hier nicht richtig gemacht, aber... Shit. Drupf. So, ich glaube, das ist okay. Der Gang ist immer noch was breiter. Das sehe ich auch an dem Zaun. Hier haben wir so eine ganze Zaunbreite plus ein mini, mini Stück drüber. Und hier ragen wir schon ein Stück in den Zaun rein. Auch wenn es ein ganz, ganz kleines nur ist. Und auch hier ragen wir rein. Das ist doch doof. Wie geht das denn nicht? Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, ich höre auf, aber... Das ist doch scheiße. Das ist doch echt Mist. Man will es vernünftig haben, ne? Jetzt sind wir hier wieder ein bisschen... Ach. Das ist echt nicht einfach, Leute. Das ist echt nicht einfach. So. Ist immer noch zu schmal, ne? Ne, das geht jetzt besser. So, der ist auch da, wo er hin soll. Den doggen wir da dran. Oh, ich freue mich voll, wenn ich meinen Garten fertig habe. Oh. Aber auch da wird es noch ein kleines bisschen dauern, bis wir da hinkommen. Weil ich brauche ja wieder Fisch zum Verkaufen. Und solange ich den nicht habe, bekomme ich auch keine besseren neuen Vogelscheuchen. Also, ne? Die von denen, die wir jetzt da haben. Können wir nur diese einen, die sich mal zerhacken lassen. Und das ist ja auch nicht das wahre. So. Ich finde, das sieht schon besser aus mit den Abständen. Perfekt. Perfekt, da wird es heute nicht mehr. Mist. Ja, aber das sieht doch auch schon viel mittiger aus, oder? Oh, wir doggen gegen eine Insel. Sehr schön. Dann parke ich hier und gucke mal, was ich hier so offscreen noch alles machen kann. Ich brauche Kokossamen. Ich brauche noch Schrott. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch meine zweite kleine Gartenfolge heute gefallen hat. Damit machen wir auch erst einmal Schluss mit Gartenarbeit. Vorerst. Natürlich nicht endgültig, aber erst einmal. Und schauen, dass wir beim nächsten Mal dann endlich das Deck weitermachen. Ich hoffe, ihr wartet da jetzt nicht schon zu sehnsüchtig drauf. Aber jetzt wollte ich natürlich auch erst den Garten fertig machen. Oder es ist fertig, aber weitermachen auf jeden Fall. Das war falsch. Das ist richtig. Ja, Leute. Und wenn es euch heute gefallen hat, dann wie gesagt, freue ich mich immer über ein Däumlein nach oben für mein Video und auch für ein Abonnement, was meinen Kanal angeht. Drückt doch da gerne die Glocke, um nichts zu verpassen, wenn ich wieder was hochlade. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und habt noch einen schönen Abend. Alles Liebe, eure Natzen. Bye, bye.